hey leute was geht ab ich bin es wieder julian und heute mit damit smash collectibles heute der legendäre der einzigartige der abgefuckteste held im marvel-universum deadpool er hat cable mojos er hat chimichangas und er hat bock auf frauen das ist deadpool wieder mal von sideshow collectibles one for scale premium format mixed media das ganze bedeutet verschiedene ressourcen verschiedene materialien die zum ja die da die statue vollendet ja um es mal einfach auszudrücken spaßbezette polystone echtes leder oder kunstleder und das nennt sich mixed media wenn man verschiedene materialien zusammenfüllt und nicht einfach nur alles aus einem aus einer molde zusammen zusammengebaut worden ist das nennt sich mixed media der pool sieht einfach fantastisch aus mit einer der besten modelliertesten köpfe was es so auf dem markt gibt bei premium format statuen oder mit einem one for scale maßstab einfach grandios deadpool sehr sehr schön gemacht wirklich wundervolle details die farben das painting ist wirklich grandios nur zu empfehlen deadpool kriegt man teilweise zwischen 349 und 369 euro auch da empfehle ich wieder toy palace de und space figuren ja wenn ihr marvel fans seid oder durch der pool wenn ihr keine marvel fans seid oder ich bin einfach nur eine coole statue haben wollte durch der pool und sowieso holt euch der pool nein das ganze ist wirklich grandios ich bin wirklich erstaunt wo ich sie bekommen war es war einfach der wahnsinn also ich findet mit einer der besten seite statuen die sie jemals ausgebracht haben und by the way kommt übrigens mit zwei verschiedenen köpfen dann sagen wir einmal hier die auf realistisch gemachte version und einmal die comic version wie man sie auch in den comics vorfindet so kennt man der pool der bärte zum marvel also freunde gleich kommt noch ein paar detail bilder rein ich habe euch gefallen gebt mir einen daumen hoch kommentiert was solltet euch als nächstes wenn es beim nächsten mal wenn es wieder heißt smash collectibles servus bis 35 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020